hallo everybody hallo ihr lieben hier ist der holger in thailand im dschungel auf der durian farm von meiner freundin in thailand in the jungle and the durian farm of my girlfriend so this is the house it's okay but for me you know me i'm a city guy here in the jungle i have to take care because mosquito bites hope no snake and no scorpion bites me also ich muss hier wirklich ein bisschen aufpassen weil die schnagen lieben mich und schlangen und scorpione gibt es ja auch wir haben jetzt mal den pick up von der schwester getestet der ist tatsächlich angesprungen nicht gleich aber noch ein paar mal probieren und morgen werden wir dann mal bisschen durch die gegend fahren und mal gucken ob man die fahrzei der tochter schwimmer beibringen können ja so we just checked the pickup from the sister and it started not immediately but after a few tries and now we plan for a little trip tomorrow and hopefully i can fahrzei teach how to swim es ist wirklich brutal heiß also da können wir mal gucken der brennte planet da oben ja der brennte planet das kann ich euch sagen ja also es wirklich ja da haben sie jetzt die ganze rasige meter abgeflext also es ziemlich hoch war dass da nicht so viel fische da sich da einigsten ja ja so ist es in niemals land keine mobile daten wifi geht aber wenn das nicht geht ja dann seht ihr ja da sind fisch drin was weiß ich noch alles so see you in the next week